Was geht's? Ihr Tee und Tippe hat es hier, das Bomben ist mit Füß am Start und ähm, nur so eine kurze Anmerkung, bevor wir mit Overwatch anfangen, Ask.fm benutzen ja manche von euch und stellen mir Fragen, ihr könnt immer, sagen wir mal, bis zum nächsten Video könnt ihr immer dann mal auf Ask.fm vorbeischalten, ich bin ja nicht immer drauf, aber ich beantworte, wenn ich drauf bin, alle Fragen, die da meistens stehen, ich hatte glaube ich jetzt bisher keines, was ich gelöscht habe, deswegen schaut auf Ask.fm einfach vorbei, äh, falls ihr Fragen gestellt habt, denn die werden beantwortet, so ist es nicht. Und jetzt starten wir Overwatch, mal gucken, was wir kriegen, bitte eine der neuen Maps, ihr hättet richtig Bock mal so einen Overwatch Fallout Season zu haben oder so ein Kram, das wäre ja nochmal ganz interessant, dass es auch für mich neu ist, irgendwas zu bewerten. Oh, wir sehen sogar eine neue Map, wir sehen Marquise, schlechte Nachricht, äh, die von der Map habe ich keine Ahnung und dennoch würde mir aufhören, wenn irgendwas nicht stimmen würde. Ja, es ist aber schön, dass Marquise überhaupt gespielt wird, äh, wer das nicht gesehen hat, gibt da bitte auf Sparkles CSGO Channel, da gibt es einen geilen Ninja Diffuse, der ziemlich lustig ist, also, ich finde den lustig, ich hab, ich werde mal irgendwann probieren, wenn ich die Map spiele, ich hab's halt noch nie Matchmaking gespielt, ne. Ja. Okay. Ja. Ja. Das, das lass ich so durchgehen. Wäre jetzt aber schon krass, wenn wir Wallhacker hätten, oder? Das wäre jetzt, neue Operation draußen, alle suchten die neuen Maps, Wallhacker. I like Sheets lässt grüßen. Nein. Er hat keinen Wallhack. Nein. Böse Zungen behaupten, er hätte einen Wallhack. Äh, okay. Ja. Ich kann jetzt da drei, die könnten da Witze drüber machen, aber, nein, die machen keine Witze über so etwas. Über sowas macht man keine Witze. Ja, das ist ernst und nehmendes Business hier. Mit Behinderungen muss man umgehen. Ja. Und diese Behinderung nennt sich Wallhack, beziehungsweise Hacker. Das ist eine der schlimmsten Behinderungen, die es gibt. Diese Menschen sind wirklich nicht lebensfähig und sind ständig bedroht von der Natur. Also, es ist halt so, in der Nahrungskette, ja, ist einfach der Hacker ganz unten. Es ist halt so, wisst ihr das, wenn man das jetzt in der Nahrungskette, wenn man das in der Nahrungskette jetzt berechnet, von unten gesehen, Hacker, Heuschrecke und danach geht es weiter hoch. Die Heuschrecke jetzt ist, als du den Hacker. Hashtag Heuschrecke. Nein, ähm, ich bin doch lustig, wenn ich immer mal das Hashtag sage, schreiben die Leute immer wirklich hin. Hashtag Heuschrecke oder sowas. Oder Hashtag Fledermausfunktion. Nein, wir schreiben jetzt hin. Das ist das Hashtag für dieses Owlwatch. Wir schreiben hin. Hashtag. Nein, ich überlege gerade. Hashtag Hacker Schrecke. Hashtag Hacker Schrecke schreiben wir hin. Um, äh, um zu sagen, dass der Hacker unter der Heuschrecke steht. So. Ja, da wurde ein, äh, Bego gespielt. Mal gucken, was unser Suspect macht. Ich meine, in der Aufwandphase waren schon obvious Sachen da... Ja, es ist halt obvious. Tut mir leid. Er hat, er hat halt einen Warlhack. Das war vom Movement halt mehr als für Reto Schrad. Schon ein Warmer war es komisch. Er hat halt auch den Fokus auf die Leute, ne. Was sagen die Sets von ihm? Eins, eins, eins. Dreimal die Eins, Illuminati confirmed. Ähm, weil Illuminati hat drei Seiten und Eins ist auch für ein Auge Illuminati. Illuminati confirmed. DÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ Ab da war wieder dieser Punkt, das sind die Schlimmsten. Die stellen sich eben so, ach, ich hab doch keinen Wallhack. Ich hab keinen Wallhack, ich bin total legit. Deswegen guck ich jetzt auch grad nicht durch die Wand den komplett an. Aber wenn, aber ich weiß, dass der rauskommt, deswegen kann ich schnell hinterher aimen. Weil man auch so seinen eigenen Teammate guckt, weil man auch mit Recht erst direkt einer hinter dem ist. Also, klar. Also, unglaublich. Der weiß auch schon wieder, dass es B wird. Er hat eben A gedeckt, jetzt hat er sich wieder für B entschieden. Gut, den hört man jetzt. Aber den lässt er wahrscheinlich links liegen. Läster. Läster. Ist ihm egal. Braucht er nicht. Guck, guck doch nach oben, was er macht. Ja. Ihr müsst ja wissen, wie sehen das in diesem X-Ray. Hacker haben so einen, so einen Kasten um die Leute drumherum. Und der hat den Kasten oben ganz leicht am Bildschirm ähnlich gesehen und weiß doch die Position von dem oben. Fällt mir dazu nur ein, um es uns anzufassen. Ja, ja, ja. 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 Mhm. Ja, ja, natürlich. Ich hab dich auch lieb. Das ist hier, das ist, äh, ne? Wir fangen doch mal an. Ihr kennt doch mein Frack-Movie, Sinferno, äh, Sinferno Perfectionist. So ähnlich fangen wir auch an. In einer Welt, in dem eine Heuschrecke über deine eigene Existenz steht. Und geht ein Mann, eine Regel, die lautet, spielverdammte Marklin, du Penner. Sein Name ist, der gerne mal wallhackt, der gerne mal wallhackt und dafür sorgt, dass Bumper Spinnerviews sein Mikrofon übersteuert. The Suspect, in dem neuen Film von Michael Bayne namens DE Marquis, the wallhacker of Wall Street. Wall Street, warte, auf Wall Street meine ich. Oh Mann, ist das dumm. Ich fäll' grad ein, wenn wir jetzt gucken, wir haben die 100.000er Mark geknackt, aber da gehen wir noch am Sonntag in den Kommentar ein. Da sind eh so ein paar Themen, die wir wieder ansprechen können. Ähm, kein direktes Thema, aber so ein paar Sachen auf dem Channel bei mir, äh, was sie geknackt haben, was uns bevorsteht, etc. pp. Da kommt ein bisschen was. Ja, und ihr seht eine neue Maps, nämlich Season. Weil da momentan läuft, da geht rein wie nix bei mir. Unglaublich. Ja, das ist so, das ist so, ich weiß auch gar nicht. Das ist so, ich frag mich, warum, wenn man, wenn man doch, wenn man doch einen Hack hat. Ich meine, das gehen wir das mal, wir gehen jetzt das mal nüchtern durch. Ihr kennt sonst rage ich immer rum und mache immer eine Witze. Jetzt gehen wir aber mal nüchtern mit dem Thema Wallhacks um, okay? Ähm, ich meine, stellt euch vor, ihr habt einen unfairen Vorteil in einem Spiel. Das heißt, ab diesen Wallhack, okay? Ihr habt den dauerhaft. Ich meine, Bugs, Clitches ausnutzen ist fair, kann jeder ausnutzen, ja? Ähm, nur die werden in der anderen Zeit auch gefixt, etc. pp. Aber gehen wir davon aus, ihr habt einen Wallhack, ja? Ähm, wo ist denn der Reiz für euch, sagen wir mal, dann noch am Spiel? Zum Beispiel, wo es da gerade so zurückgesteppt ist. Das hätte er gar nicht wissen können, weil er geschlichen ist. Sonst hätte jeder AWP-Schütze halt nochmal rausgezogen. Er bleibt aber hinten. So, was ich sagen wollte ist, gehen wir davon aus, ihr habt einen Wallhack, ja? Ähm, und ihr spielt halt eure 20 Matches und gehen wir davon aus, dass VAC wird das niemals erkennen, dass ihr einen Wallhack habt. Dann wäre das Spiel doch arschlangweilig irgendwann, weil ihr habt einen unfairen Vorteil, der euch das Spiel zu sehr erleichtert, oder nicht? Gehen wir davon aus, ihr habt alle spielen ohne Hacks und alle haben die gleiche Herausforderung, nämlich das Spiel zu meistern und zu können. Dann macht es doch auch viel mehr Spaß. Ich meine, ich hätte doch gar keinen Bock da drauf, wenn ich jetzt zusammengemaß, ich hätte dieses X-Rayse haben, wäre mein Wallhack, ja? Und ich würde das Spiel so spielen. Das ist doch langweilig, was habe ich da zu tun? Ja? Das ist doch kacke. Und wenn es mit den Argumenten kommt, das ganze Spiel ist doch voller Hacker, deswegen muss ich auch hacken. Ja. Einer hat sich damals gedacht, oh, ich hacke? Ist doch lustig, wenn ich mal ein bisschen rumhacke. Und dann haben sich alle gesagt, der Hack, das ist unfair, ich hacke jetzt gegen, damit das fair ist. Und gerade deswegen, weil das so ist, sind so viele Hacker, ja? Es gibt diese Hacker, die einmal hacken, weil sie die Leute ärgern wollen, weil sie das Spiel einfach nicht können. Ja? Und es gibt die Hacker, die Rage hacken. Okay, das ist kein Rage hacken. Rage hacken ist aber kostbar etwas anderes. Das sind diese Hacker, die scheiße auf die anderen Hacker sind und gegen hacken und denken, dann wäre es ja fair. Mäh. Ist halt nicht so. Hacken ist wie eine Drogensucht irgendwie. Du fängst ganz klein an, glaube ich, so mit Wallhack und irgendwann denkst du, ach, scheiß drauf, hau den AIM-Botent-Silent-Aim rein und den Trigger, hau alles rein. Es ist halt, das muss alles nicht sein, nee. Ich meine, ich weiß noch gar nicht, was ich bei Best Of am Ende bei der Crime-Scene zusammenschneide. Da kann man viel zeigen. Zum Beispiel diese wunderschöne Nate, die niemanden trifft, aber total sinnvoll war. Das war die sinnvollste Nate, die ich je gesehen habe. So, selbst Michael Jackson hat geschrieben, beste Nate seit 2013 bei Michael Jackson. Zitat Michael Jackson, meine Entschuldigung. So richtig ist das dumm hier, ey. So macht CS nicht Spaß. Und dann halt auf diesen neuen Maps, das sind auch viele Leute, ich meine, wenn man einen DE-Inferno spielt, einen DE-DAS-2 und du spielst gegen einen Wallhacker, dann merkst du es halt auch. Aber auf DE-Markies, weil die Map kaum noch einer kennt, kaum einer gespielt hat, ich sage jetzt mal kaum, in Anführungszeichen, es gibt bestimmt Leute, die sucht nur so eine Map durch oder diese Map durch, die können halt nicht wissen, ja klar, der hat Wallhack, die können denken, vielleicht hat er es gehört, vielleicht war es eine Ansage, sie können halt das nicht komplett einschätzen. Wir jetzt als O, Leute können sofort sagen, oder ich kann sofort sagen, der hat an. Das steht außer Frage. Es ist für mich nicht diskutabel im Moment. Es ist halt einfach, der hat an. Fertig. Deine Mama muss verdammt stolz auf dich sein. Ja, das ist mein Sohn. Oh, peckt. Das ist so richtig dumm, ey. Mir fällt, mir fällt, es sind so viele Hacker-Sachen, ich kann schon gar nicht mehr spontan sein. Ich lau aber ja einfach mal drauf los, ist ja bekannt, ja. Deswegen kommt auch oft, ähm, 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 und komische Wörter, die nicht existieren. Aber das ist halt, mir fällt schon nichts mehr ein. Ich kann schon nicht mehr spontan bei so Leuten sein. Na, da sind aber nur zwei. Bist du sicher, dass du das haben willst? Die Bombe geht Richtung B. Entscheide dich nochmal um. Du hast jetzt doch die Chance. Jetzt, jetzt hast du doch die Chance. Gut, das ist nicht gut. Stell zum Abwählen, merke ich mir, wenn ich ihn abspiele. Aber, er weiß halt, dass Taurus, oh ja. Er muss, er drückt nicht mal ab. Weißt, das sind so richtig schlechte Warlecker. Äh, das, das, das war wieder gerade verräterisch von Warleck. Und warum war es verräterisch von Warleck? Weil er nicht gesehen hat, dass er an diesem kleinen Punkt, wo er gerade gankt hat, mit diesem Zug, dass er dort sichtbar war. Er dachte, der steht noch hinter der Wand. Hat deswegen nicht abgedrückt. Das ist halt lappenhaft. Ach, das ist doch hier langweilig, auf dem Arquise hier. Wenn der hier auftauchen würde. Also, jetzt aber, Schläge bis nach Ghana geben. Aber richtige, richtige Nackenschellen. Kannst du mir aber glauben. So einer, will ich die beiden nicht im Spiel haben. Wieso müssen wir das überhaupt 10 Minuten gucken? Es geht schon 10 Minuten, glaube ich hier. Warum? Schon länger. Das will ich nicht. Ich will einfach nur, dass der aufhört. zu hacken. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, Overwatch mache ich nur mit euch. Das heißt, ich habe bisher, na gut, außer ich habe mit dem ersten, also bevor ich mit dem ersten Overwatch angefangen habe, habe ich natürlich auch Overwatch alleine gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich nicht mehr Overwatch mache, ich glaube, ich habe das sogar schon mal erzählt, ohne, dass einer zuguckt. Das heißt, YouTube, seht ihr jeden Overwatch-Fall, oder ihr seht den, ähm, auf Twitch, die Overwatch-Fälle. Obvious-Klappe, die erste, ja, da war kein Wallhack, alles super clean, Jungs, da war nichts, das, das, das ist einfach, magnetisches Fadenkreuz, ey, Jungs, ganz einfach. Ja, er macht hier den typischen CT und T-Buddy, und ist halt durch die Wände auf den Leuten drauf, das lernt man auch mal in Quick-Tipps, das weiß eigentlich jeder, deswegen Obvious-Klappe, die zweite Ende, und Obvious-Klappe, die dritte, ja, da musste einfach, da musste einfach, äh, das fliegen, da musste man einfach pre-firen, man wusste halt ganz, äh, ist klar, er weiß ganz einfach, dass der hintere auch mit rausmooft und pre-fiert schon, das ist, das ist normal, das ist normal, so, zu Club-Counter-Strike, das weiß doch jedes Kind mittlerweile, das wissen sogar die Leute, die neu angefangen haben. Ja, er steht komplett außer Frage, dass er keinen MS-Assist hat, einen Warlack hatte, keine Other X-Assistants und auch keinen Creeping betrieben hat, aber er hat die anderen Leute gestört und, äh, mit seinem verfickten Warlack, dieser Idiot, äh, ich würde sagen, das war's von mir, ja, haut rein, mein CT und T-Buddies, I have a Bomb has been defused, bye! Shit!